Hallo ihr Lieben, es ist endlich soweit. Heute kommt der Vlog der Leipziger Buchmesse. Einige von euch warten bestimmt schon drauf und wir freuen uns jetzt, ihn euch endlich präsentieren zu können. Ich bin wieder morgens schön durch unseren Park gelaufen, habe mich mit Maike dann auf den Weg zum Kölner Hauptbahnhof gemacht. Wir haben schon ein bisschen gezittert, ob die Bahn auch wirklich fährt, durch die ganzen Streiks im Vorfeld. Die Rückfahrt wurde auch schon storniert und wir haben schon gedacht, oh je, oh je. Aber unser Zug ist pünktlich aus dem Bahnhof abgefahren. Schaut euch den Dom an, ist er nicht schön. Und wir waren in voller Vorfreude auf unsere Mädels vom All-You-Kindry-Club, mit denen wir wieder zusammen eine Wohnung in Leipzig hatten. Unsere Bücher-WG sozusagen. Und wir hatten einen Zwischenstopp in Frankfurt. Und ja, und was soll ich euch sagen, unser Zug hatte über 60 Minuten Verspätung. Ja, dieses Mal waren wir fast vollständig. Nur die liebe Sarah von Alice im Bücherland hat noch gefehlt. Aber wir haben sie mit Fotos und netten Nachrichten versorgt, sodass sie ein bisschen dabei sein konnte. Ja, und hier machen wir uns gerade auf den Weg zur Stadtbahn, die uns dann direkt aufs Messegelände gebracht hat. Und wo wir es schon kaum erwarten konnten, ja, endlich in die Bücherwelt einzutauchen. Am Eingang haben wir dann auch direkt Sarah vom Markt getroffen. Unsere Messebegleitung Deluxe. Und hier seht ihr nochmal Ramona, Sarah, Ruth, Claudia und die liebe Carly. Ich habe euch hier mal so ein bisschen den Originalton eingespielt. Man fühlte sich manchmal wie in so einem Biegenstock, so ein bisschen Rumme und Gesumme. Ja, und dann kommt es auch direkt schon zum Aufbau Verlag. Na, Sarah, finde ich. Ja, ich gucke mal, ne? Ja, und das sieht dann hübsch aus, oder? Das sieht sehr hübsch aus. Oh, das würde mich aber auch ansprechen. Alleine die Autorenvorname ist ja schon nett. Ja, schöner Name. Schöner Name. Ja, der Aufbau Verlag, der hat es uns sehr angetan. Da haben wir direkt schon einige Bücher gefunden, die wir am besten direkt mitgenommen haben. Und hier seht ihr auch mal die Säuern, die die einzelnen Hallen miteinander verbinden. Und dann hatten wir auch schon unser erstes Treffen beim Aufbau Verlag mit Caro und Sarah zusammen. Wir haben dort die Autorin Lorena Sinne kennengelernt, die den Roman Verimond geschrieben hat. Den hat ja die Maike lesen dürfen. Und dann hatten wir auch noch die liebe Autorin, die der Günger kennengelernt, die ihr Buch wie aktuelles A wie A da vorgestellt hat. Dann hatten wir eine kleine Pause zum Kaffeekrätzchen mit Aaron und Jenny, die wir da getroffen haben. Und das war auch sehr schön. Nachdem wir ein schönes Treffen mit anderen BookTubern und der lieben Autorin Adriana Popescu hatten, haben wir den Abend mit einem kleinen Abendspaziergang durch Leipzig abgerundet. Leipzig ist eine wirklich wunderschöne Stadt. Ich war ja schon jetzt das dritte Mal da und ich finde es immer wieder schön. Die Kirschblüten, die geblüht haben, haben das ganze Bild noch richtig abgerundet. Die Caro hat dann noch für uns einen Tisch in einem sehr, sehr leckeren Restaurant reserviert. Und da waren wir dann noch lecker Pizza essen. Der nächste Tag begann ein wenig sportlicher, denn die Bahnen haben gestreikt, die Stadtbahnen in Leipzig. Und somit sind wir aber sportlich und hüpfend, wie Claudia das hier vormacht, zur Messe gefahren mit der S-Bahn. Und mussten halt ein Stück laufen. Aber das haben wir dann ganz gut hinbekommen und haben uns dann direkt ins Getümmel gestürzt. Um Gottes Willen! Ja, dann hatten wir eine ganz, ganz tolle Begegnung. Und zwar diese vier Mädels, die ihr hier seht, die haben sich durch unser Video unten in den Kommentaren als Buchclub gefunden, durch das Sechs-Bücher-in-Zwölf-Monate-Projekt. Und die waren jetzt zusammen das erste Mal auf der Buchmesse und kennen sich durch uns. Das ist so verrückt und wir haben uns so gefreut, sie einmal zu sehen. Und das hat uns echt Gänsehaut verschafft. Es werbt dann natürlich noch den obligatorischen Abstecher bei den schönsten Büchern, nämlich bei der Büchergilde. Und von da aus ging es zur Lesung mit Adriana Popescu. Wow, wie schön, dass so viele von euch da sind. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Du. Das habe ich vorhin auch so gemacht und ihr seht so duzbar aus. Willkommen zurück oder willkommen zum ersten Mal hier in der Messebuchhandlung von Bubenbubel, in der Bubenbubel-Arena, in der ihr hier sitzt. Hier, und zwar lernen wir da ein Buch kennen, beziehungsweise, wenn ihr sie nicht eh schon kennt. Lernt ihr hier eine Autorin kennen? Hallo. Das ist sie hier an meiner Seite. Hat schon das ein oder andere Buchlein in ihrem Leben geschrieben, würde ich sagen. Also wenn ihr sie nicht kennt, dann hättet ihr so um die 20 Bücher ungefähr aufzuholen. Ja, und wir hätten auch einen Vorschlag, mit welchem ihr anfangen könntet, nämlich mit dem neuesten. Das sieht so aus, heißt der Sommer als wird heute Morgen. Wie gesagt, sie sind alle dort angekommen und sind bei Grete, auch aus Gretes Sicht. Sie sehen relativ normal aus. Keine Ahnung, was ich erwartet habe, aber jetzt bin ich ein bisschen erleichtert, dass niemand wirklich wie ein ihrer Psycho wirkt. Also außer vielleicht Alexandra, die sich aber nur als Alex vorgestellt hat. Sie hat ein ziemliches Pfeilchen unter dem linken Auge und macht auch sonst nicht gerade den Eindruck, als hätte sie eine entspannte Anreise gehabt. Bock auf uns hat sie nicht. Aber da sie neben mir das einzige Mädchen in der Gruppe ist, befürchte ich, wir sollen sowas wie Best Friends werden und uns auch noch ein Zellteilen. Leo, der Typ mit den rastgekürzten Haaren, der ständig an seinen Fingern hier kaut und nervös wirkt, hat schöne Augen, obwohl er jedem ihr Kontakt ausreicht. So blass wie er aussieht, tippe ich auf Flugangst, die er für diesen Trip hierher erstmal bezwingen musste. Yannis, der unsere Truppe komplettiert, versteckt seine Augen lieber hinter dunklen Haaren, die tief in die Stirn fallen. Und seine Ausstrahlung ist ganz klar auf Abneigung eingestellt. Sehr sympathisch. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle heil hier angekommen seid. Die Frau, die mich vom Flughafen ins Camp gebracht hat und uns nun der Reihe nach anlächelt, ist sicher keine 30 und hat sich mir vorhin als Yvonne vorgestellt. Neben ihr steht ein Mann so groß wie ein Baum, der auf den Namen Ben hört. Ach, hier Ben, schon wieder. Der Dritte im Bunde ist ein junger Typ, dunkle Haare, dunkle Augen, das Lächeln ein bisschen bedrohlich und faszinierend zu gleichen Teilen. Tobi, eine Art Betreuer, allerdings keiner von dem Psychologen. Wir verstehen, dass ihr sicher aufgeregt seid, endlich hier zu sein, aber auch sehr müde von der Reise. Yvonne klingt so verständnisvoll und sieht uns dabei alle der Reihe nach genau an, nickt immer wieder und deutet schließlich auf den kleinen Transporter, der umwandt von uns auf dem Parkplatz steht und unsere letzte Chance auf eine Rückkehr in die Zivilisation ist. Maike könnte dann auch nochmal die Liebe an den Freitag kluddeln und sich ihren neuen Roman signieren lassen, auf den sich Maike und ich auch sehr freuen. Später sind wir dann mit Lina und ihrer Mama Andrea noch in dem Bloggerbereich, wo wir noch liebe, liebe Lesefreunde getroffen haben, nochmal geknuddelt haben und uns auch verabschiedet haben. Denn ja, an diesem Abend war das sozusagen unser Abschiedsessen mit den Mädels, denn wir waren nochmal lecker Pizza essen. Ruth hat ein ganz tolles Restaurant rausgesucht und so konnten wir die Messe nochmal schön ausklingen lassen beim leckeren Getränk und tollen Gesprächen. Ja, und am nächsten Morgen, am Samstag, ging es dann zum Café Ludwig in die Buchhandlung am Leipziger Hauptbahnhof. Das ist jetzt Tradition, da verabschieden wir uns immer nacheinander bei einem leckeren Getränk und einem Kuchen. Ja, und da ging es für Maike und mich auch schon nach Hause. Diesmal ging tatsächlich alles glatt, die Züge kamen pünktlich, wir waren glücklich, aber auch kaputt und müde. Nehmen aber ganz viele tolle Momente mit in unserem Gepäck und bedanken uns nochmal bei euch allen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.